Uuuuuh! Oh! Ah! Oh! Backflip-Challenge! Flare-Challenge! Oh! Oh! Das ist echt beeindruckend! Servus Leil! Servus! Wir sind's wieder aus 6 Series und heute melden wir uns aus Graz zurück. Genau, der Chef vom Masters of Dort, Georgi Wächter, hat uns eingeladen zu einer Show. Und ja, jetzt haben wir uns gedacht, schauen wir nochmal, bevor die Show startet in Graz. Ein bisschen rum. Genau. Und haben da eben so ein Skatepark von unseren Kleinen und haben uns gedacht, schauen wir was da so abgeht und was wir da so hinzukommen. Genau. Und wir haben heute wieder einen Special Guest bei uns und zwar Applaus für Daniel Ruso! Servus! Fein, die da zu haben. Danke. Ziemlich krasser Dirt-Fahrer, haut echt ziemlich über krasse Tricks aus. Genau. Weg mehr Marsch! Auf jeden Fall würde ich sagen, let's go! Auf geht's! Okay, wir wärmen uns jetzt leicht auf und unser Gast startet mal. Genau, dann übernimmt Daniel mal die Kämter. Jo! oah! aah! aahhhh! Aaaaahhh! Ja, ja. 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 Geht's, komm. Ja. 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 Jawoll. Ja, aber sich. Alter, geil. Sehr geil. Ja, Alter. Alter, leidl, gibts euch mal ganz kurz das Wetter. Lass es euch mal ganz kurz wirken. Ja, ist echt geil. So, jetzt geht's weiter. Line. Zielwärts und du abspringen. Tire tap. Wieder hinter. Klingt vernünftig. Auf geht's. Ja. 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 So, Fabio, was hast du vor? Planen wir 540 da über die Bank raus. Ins Glas. Kannst du 540? Ja. Schau mal. 540 Challenge. 540 Challenge. Wo gehen wir? Okay, wir haben zuerst steht. Das ist diese. Wer will anfangen? In der Zeit kommt mit senken ein. Schaah. Ja, okay. Du kannst das auszupen. Okay, Fabio wird vernichtet. nightmares oder verder. Okay, erst mal den Versuch! Ich glaub das war world's first, wir werden am Fall vor den Schlüssel verlieren. Der war jetzt echt unerwartet. Die Challenge ist unfair. Weg für den Marsch. Okay, let's go, leg nach Daniel. Jawoll, volles Risiko. Also Mann, 2nd, 1st try. Alter! Alter, hau den jetzt her, das war echt ein Ziel. Hau den her, komm, auf geht's! Oh Mann! Das geht um dich. Kann ich für's probieren. Alter, dreimal auf die Gauschen gewixt. Hau den jetzt her. Hau den jetzt her. Gut, Leute. Mit dem schon mache ich einen Truck. Das ist vielleicht leichter. Pass. Ah, es geht ab. Alright. Hau rein! Yo! 1st try! Ich würde sagen, jetzt mache ich noch ein paar kleine Tricks und dann haben wir noch ein paar mehr Challenges. Was meinst du? Das ist schon arschig, oder? Ja, das ist echt ziemlich arschig, oder? Ja, das ist echt ziemlich arschig, oder? Ja, das ist echt ziemlich arschig, oder? Ja, zu langsam. Alter, das ist aber geil. Hau den her, hey! Yo! Sick! Super! Yes! Perfekt, wieder, wieder! Danke sehr! Ciao, sehr was! Ja, so macht man Mama's glücklich. Was hier? Yo! Mittlich! Auf geht's! Drauf! Und drop! Yo! Also kurze Challenge. Anfangen. Manuell. Auf das Betonteil rauf. 360 Nose-Pick-Off. Ja, jetzt zieg durch. Ja! Yo! Yo! Alter, lieber Gould hinein! Yo! Let's see! Power too high! Komm! Ah! 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 Jetzt komm jetzt! Jetzt ziehen, komm! Ah! Jetzt hauen her, jetzt komm! Auf geht's! Yo! Yo! Ja! 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 Jetzt haben wir sogar die Skater klatschen! Ja! Ja! Okay, leider! Jetzt haben wir jetzt auch noch nie gekett, dass die Skater klatschen! Ja! Beziehungsweise! Flare Challenge! Ja! 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 Ich würde sagen, fange ich an! Ist gut! Ja! So! Ich glaube, wir haben die ideale Rampe gefunden für die! Ja! Was meinst du? Ja! Der soll gut gehen! Der soll gut gehen! Ohren! Feine Landung! Einen Testanlauf und dann! Okay! Auf geht's! Easy! First try! Ready! Oh! Ich glaube, wir müssen noch mal zwingen! Alter! Das hört sich langsam! Ich leck mich am Arsch! Auf geht's! Zum Second try! Ich glaube, du schaffst das! Ja! Nein! Ich glaube nicht! Beziehungsweise der Hof ist! Yeah! Juh! Backflip Challenge completed! Yo! Haha! Jetzt geht's weiter! Fabio, jetzt bist du in der Reihe! Alter! Haha! Also! Flare Challenge! Flare Challenge mit so einer Haftpark! Ganz ehrlich! Ich bin wirklich... Ich bin wirklich schlechter Dinge! Bist du guter Dinge? Na so wirklich! Aber ich glaube, wir probieren es mal da! Wenn es da nicht hinhaut, schauen wir nochmal rüber! Schau mal, wie es ist, gell! Also! Haut's rein! Schau mal, wie wir anfangen! Schnick, schnack, schnuck! Scheisse! Schweil! Schnack, schnuck! Schnack, schnuck! Ich... Ganz ehrlich! Alter, du bist so tschü if! Schnick, schnuck! Save the life! Ja! Fabio, der Dummse! Damn! Okay, Fabio willst anfangen! Jetzt bin ich mal gespannt, dass der Hund da herzieht. Daniel, bist du nervös? Nicht so konfident. Wie magst du das, wenn die Kamera ganz nah am Gesicht steht? Du sollst den Flair machen, gell? Auf geht's. Der war scheiße, Alter. Next one, Fabio. Von her. Ja, der kann ja schon gehen. Auf geht's, next one. Daniel, du so. Das war ja noch 5, Alter. Ah, der geht schon. Der war perfekt eigentlich. Wie geht's? Ja, danke. Lionel Messi hat dir aufgehalten. Probier's noch mal, Daniel. Ja, es gehört mehr Flip, gell? Ich glaube, ich bin Flipper. Ich bin nicht Flipper. Ich glaube, ich bin Flipper. Letzter Versuch von Daniel. Auf geht's. Scheiße. Oh. Das war schon wieder Flipper, gell? Ja. Ich glaube, ich bin abseits da und war schon wieder wegs. Alter. Ja. Yo. Ja. Wir müssen echt schnell machen. Der Akku ist fast leer. Vielen Dank fürs Anschauen. Vielen Dank fürs Anschauen, hat echt Spaß gemacht. Daniel, danke dir. Sensationell. Wir gehen jetzt zum Giorgi, zum Masters of the Air zu schauen. Ich hoffe euch hat dieses Series mal gefallen. Ein bisschen eine Challenge. In dem Sinn, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Genau. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.